So, Hallöchen und herzlich willkommen meine Freunde hier zu diesem wunderbaren Einsatz. Wir fahren heute wieder zu einem kleinen Zimmerbrand. Mal gucken, vielleicht ist der mittlerweile gefixt. Wie man erkennen kann, ich habe immer noch hier und da ein paar kleine Stehbilder, ein paar Rucklöchen, wo die Kamera sich, ohne dass ich sie überhaupt berühre, also ohne dass ich die Maus berühre, verändert. Und ja, falls ihr euch wundert, ist ja wüsstig, falls ihr euch wundert, warum ich so hier da sitze, ich habe eine Ohrenentzündung. Also wahrscheinlich ist das eine, ich war jetzt noch nicht beim Ohrenarzt. Was macht die Frau denn da? Ich war jetzt noch nicht beim Ohrenarzt, habe das aber morgen vor und ja. Der Zimmerbrand ist natürlich da, wo immer, wo immer der Zimmerbrand ist. Also jetzt auch nichts Besonderes. Ach ja, stimmt, ich muss ja da vorfahren. So, wunderbar, rosa, machen wir noch hier schön das Blaulicht an, gehen in Tactical View, Einsatz organisieren, absitzen. So, das macht ihr mal fein. So, ich gehe wieder an den Tactical View und befehle den hier, Absitzen und Ortsbegehung. Ihr macht, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am blödesten lösen. Wir wollen, ich möchte nämlich mal was Neues ausprobieren, nämlich umparken. Ihr parkt euch da hin. Dann macht ihr Absitzen und die Anleiterbereitschaft. Genau, wunderbar. So, was ich hier sehe gerade, so, Brandbekämpfung, Löschwassereingang, Löschwasserabgang, Rauchvorhang und letztendlich der Löschangriff, aber den muss man dann nach, äh, danach befehlen. Ja, wir machen jetzt hier erstmal, wir sind dann quasi die DLK. Ach, Moment, äh, die hat noch nicht umgeparkt. Äh, die DLK hat noch nicht, äh, umgeparkt. Hm. So. Okay, er redet schon, das ist sehr gut. Ähm, ihr sitzt auch mal ab und... Na, nachalarmieren. Und weil wir es können... Nö, können wir doch nicht. Schade, ich dachte, ich kann jetzt hier auch das Kev nachalarmieren. Aber anscheinend geht das wirklich bloß bei Sachen, die dann halt auch wirklich sind, ne? Ja. So, es gab einige, oder es gibt... Nein, doch, eher, es gab noch kein weiteres Update, meines Erachtens. Ähm, das haben sie auch soweit verschoben. Äh, um halt einfach mal alles zu testen. Was ist denn das? Okay. Äh, genau, um einfach mal alles zu testen. Ob alles soweit funktioniert. Und, ja. Äh, dann bin ich mal gespannt. Und, ja, wie gesagt, ich möchte heute... Ähm, schließe Fahrertür. Öffne Fahrertür. Das ist so dämlich manchmal, echt. Das ist aber halt eben auch nicht, äh... Was? Nee, du brauchst jetzt nichts zu machen. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Ach so, jetzt muss er erst mal... Äh, ist ja ärgerlich. So, gut. Dann können wir hier... Äh, Brandbekämpfung, Löschangriff, Hohlstrahlrohr. Vornehmen. So, da wird erst mal wieder alles zugemacht, was, äh, zugemacht wird. Und jetzt darf ich hier hinfahren. Das ist schon mal... Sehr schön. So. Das Einzige, was wir aktuell nicht können, ist tatsächlich... Die Fahrzeuge selber zurückfahren lassen. Was ist das denn hier? Okay. Gut, passt so. Hm, dann können wir wieder hier drauf drücken. Dann natürlich absitzen. Dann die Anleiterbereitschaft. So. Das lassen wir aber auch alles einfach mal die KI machen. Komplett von vorne bis hinten. Um einfach mal zu schauen, ja... Funktioniert der Einsatz oder funktioniert der Einsatz nicht? So. Ich bin gespannt und freue mich natürlich auch da drauf, das Ganze einfach mal anzugehen. Ich möchte hier löschen. Das sieht schon... Das sieht schon sehr spannend aus. Ich frage mich zwar, warum der das andere Haus löschen möchte, aber... Ja. Ich bin durch die Wand durch. Respekt. Jetzt fände ich das noch cool, wenn dann hier auch die Wand hier außen ein bisschen schwarz werden würde. So... So... Verrust werden würde, ne? So vielleicht auch noch die obere Etage, äh... Die Fensterscheiben zerspringen oder so. Oder hier auch mal die Flammen rauskommen, ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Oder halt einfach mal die Ausbreitung. Ja. Fände ich richtig, richtig cool. Oder halt auch mal... Ich weiß natürlich nicht, ob es das tatsächlich irgendwann geben wird. Ja, so eine Art Dachstuhlbrand oder so. Oder halt wirklich auch mal einen Großbrand, wo man halt eben auch, äh... Wirklich Einsatzkräfte, äh... Braucht. Fände ich alles auf jeden Fall... Nicht schlecht. So, Löschwassereingang. Löschwasserabgang kann ich jetzt natürlich nicht platzieren. Okay. So. Dann... Brandbekämpfung, Löschangriff, Hohlstrahlrohr. So, Moment, Moment, Moment. Wir spielen mal den hier. Weil wir, äh, Lust da drauf haben. Und ich finde diese Animation hier aus der Leiter ziemlich geil. Oh, das ist auch ganz schön eng da, ne? So, nebenbei gesagt. So. Das ist natürlich die Frage. So, machen wir mal ganz kurz hier, äh... Äh, Moment. Einsatzort organisieren. Brandbekämpfung. Löschwassereingang wurde bereits erteilt, wird aber nicht gemacht. Ja, dann wird das, glaube ich, mit dem Löschen doch nichts, weil... Äh, ich hier kein... Löschwassereingang kriegen. Na, Moment, wir probieren das jetzt einfach mal. So, aufheben. So, wunderbar. Dann machen wir das mal an. So, wunderschön. Dann ist natürlich die Frage... Welche Schlauchart braucht... Die DLK? Beziehungsweise braucht die DLK dieses Gedöns, den Verteiler? Ne, ne? Den braucht sie nicht da dran geschraubt. Hm, 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 hm. So, machen wir einfach mal hier... Nimm einfach mal einen B-Schlauch. Vielleicht passt der ja. Wenn nicht... Werden wir das ja sehen. So. Zum Glück kann man das halt eben auch alles komplett alleine machen. Das ist ja... Das ist ja die Gunst des Spiels, auf jeden Fall. Ja, passt nicht dran. Gut, dann holen wir uns mal einen B-Schlauch. Und versuchen, den da irgendwie dran zu friemeln. Ach, ne, ist ein C. Hahaha. Äh, natürlich meine ich den C-Schlauch. Und damit kann man natürlich nicht rennen, weil der ja, äh, deutlich dicker und breiter und, und, ach... Naja. So ist das halt, ne? So, und dann C und du rennst jetzt zur DLK und schließt es für mich da dran. Das ist sehr schön. Dann brauchen wir ja trotz dessen, äh, den Verteiler. Äh, sonst haben wir ja ein kleines, glaube ich, äh, gar keine Möglichkeiten ansonsten. So, Moment. Wir probieren das jetzt einfach mal alles, ne? Wir haben ja hier, äh, Zeit und Möglichkeit. Äh, der Brand, wie gesagt, kann ja sowieso nicht komplett, äh, beendet werden. Äh, aber ich möchte ja zumindestens euch auch mal was, äh, zeigen und, äh, ja, vielleicht funktioniert das ja ganz gut. So, jetzt legen wir natürlich hier noch eine schöne Schlauchleitung hin. Das ist ja, äh, ganz klar. So, dann such mal dich noch. Moment, sag, dich, ja, wunderbar. So. So, schön, ja. Sehr gut, jetzt, ähm, müsste auf jeden Fall eine Wasserversorgung stehen, auch wenn es nur 4000 Liter sind. Ähm. So, nee, falsch. Falsch, 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 falsch. Wobei, ist er doch irgendwie richtig, weil... Wir müssen... Hey, Moment, wie die so... Nee, okay, ist vielleicht doch nicht so falsch, äh, so richtig. Äh, verlassen wir mal. So, dann gehen wir doch nochmal da hin. Weil irgendwie konnte man das... Also, man konnte das mal anfassen. Und daraus... Achso. So. Okay. Mal das so. Ja, jetzt kann ich das nicht mehr zumachen, oder was? Na gut, dann müssen wir das leider so lassen, wie es jetzt gerade ist. So, dann müssen wir hier den... Die Korbsteuerung übernehmen. Ähm, ähm, so. Die Korbsteuerung ist tatsächlich, also beziehungsweise allgemein, die Drehleitersteuerung ist, ja, meines Erachtens nach, äh, etwas, ja, komplizierter. Ähm, aber halt eben auch ganz gut machbar, also man kann hier doch, äh, ganz gut steuern und der Drehleiter quasi auch sagen, ja, du machst jetzt das und am besten machst du noch das und äh, äh, das und so. Also, ne, weiß man ja, so. Also, jetzt muss ich erstmal hier aufhören, damit ich dann hier quasi, äh, löschen kann. Okay, das funktioniert so schon mal nicht, äh, weil... I don't know. Die Sache hier müsste rein theoretisch sogar schon stehen. Äh... Brandbekämpfung, Löschangriff, Hohlstrahlrohr. Ach, guck mal, das funktioniert. Aber wenn ich den jetzt... Okay, das ist super wired. So, okay, da muss man mal sagen, okay, zusammenpacken. Das gleiche sagen wir hier, zusammenpacken. Hm. So. So, und dann werden wir einfach mal den hier spielen. In der Hoffnung, dass sich die DLK abbaut. Und dass die da auch was machen. Aber anscheinend, äh, wird da nichts gemacht. Wurde bereits erteilt, ja. Äh, weil dieser Dings nicht zu ist. Ach, wirklich? Ah, ist das anstrengend. Nein. So. Meine Nase juckt. So, ich habe jetzt mal ganz kurz die Drehleiter hier runtergefahren. Äh, ja, das... Äh, hat jetzt so nicht funktioniert. Äh, mal gucken, vielleicht funktioniert es jetzt so langsam. Äh, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Da wird man mal sagen, hier, äh... Die Brandbekämpfung. Kein Feuer entdeckt. Okay. Hier ist dann kein Glutnester suchen erforderlich. Dann würde ich aber trotz dessen sagen, die sind jetzt hier soweit fertig. Ähm, dass wir hier Brandbekämpfung, nicht Löschangriff, sondern belüften. Ah, da steht noch nicht alle Feuer gelöscht. Ähm, Brandbekämpfung, kein Feuer entdeckt. Brandbekämpfung, kein Feuer entdeckt. YOLO. Okay, ist auch nicht weiter dramatisch. Dann werden wir halt einfach mal... Äh, hoppala. Ja, ich hab das, glaub ich, kaputt gemacht. Das funktioniert jetzt tatsächlich nicht, das zu machen. Da werden wir mal den Lüfter nehmen. Das wollte ich nämlich auch noch austesten. Ich hänge in dem Ding fest. Hä, okay. Mach mal das erstmal zu. Anscheinend mag das das Spiel nicht so sehr. So. Nee, ich verstaue das Belüftungsgerät jetzt nicht. Das könnt ihr vergessen. Ich gehe jetzt damit in diese Wohnung und mache damit, äh, Belüften. Äh, macht aber auch keinen Sinn tatsächlich. So, noch nicht alle Feuer gelöscht, aber wenn ich jetzt hier... So. Wenn ich jetzt wieder hier hingehe... Ähm, die Frage ist natürlich... Hat er etwa den Keller gelöscht? Hä, hä. Die Frage ist natürlich, ähm... Aber es hört sich wirklich noch so an, als ob das hier brennt. So. Ich kann halt aber auch keine Blutnester mehr suchen. Das ist halt eben auch so ein Punkt, wo ich mich, äh, frage, ja, äh... Was ist denn dann jetzt die Sache? Na? So, hier hat es gerade noch gequalmt. So, hier raus qualmt es ja sowieso. Das Bad scheint auch vollständig... Äh, geschützt worden zu sein. Da könnte man noch mal ein bisschen abkühlen. Das ist ja auch kein Problem. Aber jetzt so wirklich was qualmen, sehe ich natürlich nicht. So. Dann haben wir den ersten aus. Den haben sie natürlich nicht ausgestellt. Komischerweise. Ansonsten, hier brennt jetzt erstmal nichts mehr. Das qualmt halt noch weiß. Ähm, ähm, ja. Das heißt vielleicht... Jetzt kann ich belüften. So. Jetzt hat es doch funktioniert. Das freut mich. So. Das ist halt ein sehr, sehr weiter Weg natürlich. Verstaue das. What? Was? Moment, was? So. Verstaue-Kabeltrommel. So. Hebe-Kabeltrommel. Was? Achso, weil es nicht verstaut worden ist. Das nennt man aber auch mal hier Glück. So. So. Wow. Und jetzt habe ich nichts mehr. War. Ach. Wahrscheinlich wegen dem Zusammenpacken hat es dann... Keine Durchlüftung möglich. Ach, guck mal. Die konnten jetzt aber die Glutnester suchen, oder was? Natürlich funktioniert das bei denen nicht, weil die haben ja nichts zum Glutnester zu durchsuchen. Ja, aber selbst die machen nichts. Also der Einsatz ist immer noch so, wie er ist. Quasi broken. Naja. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mal getestet, wie das mit der Drehlader funktioniert. Anscheinend schaffe ich es noch nicht zu löschen. Das können wir ja tatsächlich einfach mal gucken, wenn wir dann irgendwie vielleicht eine Übung oder sowas haben. Und das nächste Mal würde mich auf jeden Fall doch schon interessieren. Denn ich habe ja hier... Ich hatte ja die Pumpe hier angestellt, ne? So. Jetzt kann ich hier nicht mehr drücken, komischerweise. Was ist das denn für ein Quatsch? So, jetzt haben wir die Pumpe angestellt, natürlich, ne? So, und jetzt treiben wir die ein bisschen nach oben. So. Dann müsste sie ja dreientheoretisch durchgehend das Wasser halt eben ausgeben. So. Ansonsten sehen wir hier noch, wie viel Liter quasi noch da sind. Ne, ne? Das sieht man auch nicht. Ob hier quasi die 4000 Liter noch drauf sind im Wassertank. Sieht nicht so aus, als ob man das sehen könnte. Oder ich bin blind. Das geht natürlich auch. Ja. Also, wieder ein Einsatz, der nicht funktioniert. Beziehungsweise, nicht nur wieder ein Einsatz, sondern der Einsatz funktionierte ja noch nie. Leider, leider, leider Gottes. Ich hoffe, dass es in den nächsten Patches soweit sein wird. Ich habe davon mal was gehört. Und ja. Jetzt ist natürlich die Frage an euch. Ja, wie mache ich das Projekt jetzt weiter? So, ich kann euch natürlich immer wieder 20 Mal dieselben Einsätze letztendlich zeigen. Oder ja, es einfach mal lassen, würde ich sagen. Aber das Ding ist halt eben, dass, ja, es macht halt doch schon Spaß irgendwo. So, das ist halt eben das Traurige. Oder das Tragische. Ähm, es macht halt Spaß. Ich kann, ich weiß halt, wie es funktioniert. Und, 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 und. Und, da müssen wir uns auf jeden Fall mal, ja, überlegen, wie wir das in Zukunft, äh, handhaben wollen. Ähm, das Spiel kann einiges. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, ja. Was wir letztendlich, äh, machen wollen, weiß ich nicht. So, ich kann jetzt hier auch die Dings nicht weiter, äh, abbauen, die DLK. Obwohl ich dir auch gesagt habe, das soll sie mal machen. Ja, funktioniert hat eben auch nicht. Gut. Während die restlichen Fahrzeuge zumindest eins davon wirklich zusammenbaut. Nicht nur halb. Oder gar nicht. Okay. Okay, jetzt, jetzt macht er doch was. Okay, ein Fahrzeug, die DLK, ist verbuggt. Da kann ich nichts mehr gegen machen. Leider Gottes. Ähm, das heißt, auch in der nächsten Folge muss ich da neu anfangen. Und, ja, mal gucken, wie ich das alles löse. Äh, wie gesagt, schaut mir in die Kommentare, wollt ihr das Projekt weiterlaufen lassen? Oder sollen wir das jetzt einfach beenden? Denn, zum aktuellen Zeitpunkt, ja, es gibt jetzt keine weiteren Einsätze. Wir haben alle Einsätze durch. Die nächsten Patches wird's noch nicht geben, sag ich jetzt mal. Und, ja. Na ja, mal gucken. Wir kriegen das aber irgendwie hin, denke ich. Äh, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labitonix. Ciao. Mit V. Ciao. 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 Ciao.